ja hallo zu einer neuen ausgabe eines screencasts tutorial auch dieses mal wieder etwas zu gimp was wir machen wollen kann man hier im hintergrund schon sehen und zwar diesen navi heißen die glaube ich aus dem film avatar das tutorial ist nicht ganz auf meinem mist gewachsen sondern ich habe da ein entsprechendes photoshop tutorial gefunden das ganze geht natürlich auch mit gimp ein paar dinge mache ich hier trotzdem etwas anders weil es mir so besser gefällt weil das ergebnis dementsprechend besser wird bevor wir allerdings anfangen muss ich noch einige dinge erklären wir brauchen nämlich einiges an material und zwar brauchen wir so eine ledertextur in dem blogartikel zu diesem screencast gibt es auf jeden fall einen link zu einer quelle mit kreativ commons lizenzierten ledertexturen die könnt ihr dann gefahrfrei gefahrfrei verwenden und natürlich auch weitergeben was wir noch brauchen ist so eine zebra pattern man kann es hier unten erkennen dass hier ist auf keinen fall ein normales zebra pattern und zwar habe ich mir einfach hier bei google ein entsprechendes pattern gesucht die sind dann meistens hier so abgeschnitten und die habe ich dann einfach gespiegelt und so zusammengesetzt und mit dem filter verzerren hallo verzerren verbiegen stück verbogen und dann einfach wieder gerade geschnitten dann habe ich noch über farben farbe zu transparenz einfach weiß entfernt man kann das hier wenn ich das weiße ausblende sehen dass das transparent ist das franz dadurch ein klein wenig aus das macht aber hier an der stelle nicht wenn es nicht allzu stark ist macht das überhaupt nichts und dann brauchen wir noch als material hier so ein paar augen die habe ich mir einzeln ausgeschnitten die sind jetzt hier zusammen als ebene dafür habe ich mir einfach ein entsprechendes poster von film gesucht und habe die augen darauf ausgeschnitten die sind nachher ein bisschen größer als wir sie brauchen das macht aber nicht da wir sie skalieren können das ganze könnte man natürlich auch mit den natürlichen augen machen indem man sie skaliert will ich aber an der stelle nicht der weg erscheint mir am einfachsten deswegen die original augen die weiße ebene können wir auch löschen dann können wir die hier alle anschalten wie gesagt das tutorial ist nicht auf meinem mist gewachsen sondern umgesetzt aus dem photoshop tutorial den link zu dem original tutorial findet ihr auch in dem jeweiligen blogbeitrag dort findet ihr auch das bild hier wie die rechte des bildes sind weiß ich allerdings nicht deswegen werde ich das auch nicht als bilderfolge veröffentlichen wie gesagt das bild findet ihr dort zum download ihr könnt allerdings auch gerne mit einem eigenen bild arbeiten für den anfang macht sich auf jeden fall gut wenn er eine gute draufsicht auf das gesicht habt und hier macht sich auch noch der brustkorb ganz gut ist halt ein tolles bild besseres oder ähnliches war gar nicht so leicht zu finden ich habe dafür ewig gesucht jetzt fangen wir allerdings an und zwar fangen wir als erstes an indem wir die nase des navis verändern und das machen wir über filter verzerren dort gibt es den filter eivorp ich muss mal steuerung z machen ich habe nämlich aus versehen das falsche verschwimmen danke ich ziehe mir das fenster hier erstmal ein bisschen größer dabei verschwimmt hier die vorschau ansicht ich habe da irgendwann mal ein screencast gesehen da wurde gesagt das ist ein bug in gimp das vorschaufenster wird ja halt nur echtzeit gerendert wenn wir hier den wortfilter anwenden für eine vergrößerung wird halt nicht echtzeit gerendert das kriegen wir ganz einfach weg wir klicken einfach mehr ein und setzen zurück schon ist es schärfer und dann fangen wir an und ziehen die nasenflügel in die breite kann ruhig und maßstab sein und dann ziehen wir hier von unten nach oben langsam schritt für schritt die nase in die breite also denke ich mal sieht das schon ganz gut aus noch was zum modus hier da habe ich den original jetzt hier verwendet man kann den deformierungsradius ruhig ein klein wenig kleiner setzen und auch die die deformierung kleiner und arbeite dann mit weniger schritten für den ganzen spaß hier soll man sich ruhig ein bisschen zeit nehmen ich würde jetzt mal aus so sieht dann das ergebnis aus ich habe das allerdings schon mal vorbereitet ich schummel heute in klein wenig sonst zieht sich das ganze endlos in die länge deswegen lösche die ebene sehen wir jetzt wie das aussehen sollte in der nase und dann nehmen wir uns das lasso werkzeug und auch hier mache ich einfach mal ein bisschen schneller als ich das in bei einem vernünftigen bild machen würde und dann wählen wir uns hier so die hautpartien aus schön darauf aufpassen dass man so wenig wie möglich haare erwischen man kann das ganze durchaus auch mit einer maske machen und dann gehen wir hier auf farben und hier weiß man von dem original photoshop tutorial ein bisschen ab ich zeige erst mal den weg den derjenige gegangen ist und zwar über farbtonen helligkeit hat er hier den wert auf 200 gesetzt 200 gesetzt dahin wollte ich gehen farben farbton sättigung noch mal also ja das war also seine lösung dieser blauton gefällt mir nicht ganz deswegen gehe ich hier an der stelle einen anderen weg und zwar gehe ich über einfärben und selbst hier oben bei farbton den wert auf 200 den wert von 50 können wir stehen lassen und ebenso bei der helligkeit den wert von 0 dieses blaue hier gefällt mir dann schon wesentlich besser das ganze muss nochmal gemacht werden natürlich mit den arm auch hier schön aufpassen dass man wenig von den dunklen flächen erwischt und dass man hier möglichst wirklich genau am arm lang geht ich habe das ganze schon mal vorbereitet so sieht das ganze dann nämlich aus wenn wir es getan haben und dann geht es weiter wir gehen klein wenig näher ran an unser bild und wählen unser mund aus auch das mache ich jetzt hier einfach mal in einem schnelleren verfahren kopieren das was wir ausgewählt haben und fügen das einfach mit steuerung v ein legen eine neue ebene an dadurch wird das eingefügt eingefügte auf dieser ebene verankert und jetzt auch hier hier gehe ich einen anderen weg als in dem original tutorial derjenige hat wieder farbton und sättigung verwendet und zwar auf der original ebene ich habe hier eine eingefügte ebene verwendet warum sehen wir gleich bei ihm war der farbton hier dann 99 das geht allerdings nur auf das original ich verwende hier wieder farbton einfärben und zwar setze ich hier die werte auf 269 hier auf 18 herab und hier die helligkeit auf 15 dann gehe ich hier auf filter weich zeichnen gaussischer weich zeichner und zeichnet das mit einem radius von 3 weich das verschwindet ein bisschen das macht aber gar nichts und dann setze ich mir einfach hier die sichtbarkeit etwas herab dadurch scheint das darunter liegen die wieder schärfer und der farbton wird wieder schwächer das ganze müssen wir dann nochmal machen mit dem nasen anteil also werden wir uns hier so die nasen aus auch hier steuerung c steuerung v neu ups steuerung c steuerung v auch hier neue ebene anlegen auch hier einfärben 269 18 15 und 15 wenn man sieht sich habe es ja nicht ganz erwischt filter auch hier gausscher weich zeichner wiederhole ich einfach danach können wir die beiden ebenen vereinigen ich wechsel mal so sieht das ganze dann schon mal aus kommt unserem navi schon relativ näher ich kann jetzt die ebene löschen die ebene löschen halt ne lass die mal stehen das wäre ja sonst sähe das sehr komisch aus ok ja es ist einfach mit zu vielen ebenen arbeiten passt so überhaupt nicht dann hat man hier schon wieder mein bild vergrößert passt mir auch nicht so dann öffnen wir als ebene als erstes unsere leder textur setz sie mal genau oben hier setzen wir die deckkraft einfach ein bisschen zurück so dass wir unseren untergrund sehen und dann füge ich hier einen alpha kanal hinzu weil das äh die textur einfach ein jpg ist und also keinen alpha kanal hat und dann fange ich hier einfach erstmal an mit einem großen pinsel kann ruhig ganz großer sein ne gottverdämme das ganze hier zu löschen das machen wir erstmal grob dafür kann man sich ruhig ein bisschen zeit lassen dann hier an den rendern nehmen wir uns einfach ein fuzzy brush ja und dann gehen wir hier so lang da kann man ruhig ein wenig mit wegradieren vom arm das macht dann überhaupt nichts wenn wir das ganze getan haben können wir die deckkraft erstmal wieder auf 100% setzen und dann setzen wir das ja auf überlagern ja also hier jetzt sieht man noch die unsauberen stellen und dann sehen wir wir haben hier auf unserem körperanteil diese lederstruktur das ganze schon mal gemacht deswegen rutsche ich das jetzt einfach hier an der ebene bisschen runter da da ist die lederstruktur genau dann als nächstes öffnen wir als ebene unser zebra pattern das verschiebe ich mir dementsprechend das ist kleiner das ist bewusst ich will das hier um die ecke so und auch hier tun wir dann einfach mit dem radierer das was wir überhaupt nicht brauchen hier außen rum wegradieren auch das an den armen ich nehme das an der stelle mal weg für die arme holen wir uns dann einfach nochmal die zähler pattern rein setzen wir unten auf die arme man kann die auch ein klein wenig kleiner skalieren alles bisschen anpassen ich habe das wie gesagt immer gemacht auch das zebra pattern setzen wir hier auf überlagern und dann habe ich einfach die deckkraft bisschen angepasst und hier um die augenpartie und den mund und die nase habe ich auch hier mit dem fassi brush ein klein wenig wegradiert so dass das nicht an den augen ist das ist schon der ganze zau ich glaube das brauchen wir dann nicht mehr genau als nächstes habe ich mir wieder den filter verzerren iwarp zur hand genommen mal wieder ein bisschen größer ziehen wir haben noch einmal wieder ein bisschen mehr die 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 so und dann machen wir das ganze was wir mit der nase vorhin gemacht haben hier so mit den augen und zwar vom augeninneren bis nach unten und nach außen ziehen das sieht nachher erstmal ein bisschen komisch aus macht aber gar nichts wir wollen einfach nur die liter erhalten wir wollen einfach nur die liter erhalten genau genau also kann ich die jetzt löschen so sieht das im im Anschluss aus so so passt das natürlich nie deswegen gehen wir uns einfach ein bisschen näher ran und dann wählen wir hier wieder mit der schnellauswahl maske äh freien auswahl einfach hier innen das innere unseres auges und dann entfernen wir das einfach und dann entfernen wir das einfach so soll das aussehen ja also die augen habe ich einfach ein bisschen größer macht die auswahl und dann importieren wir uns einfach als ebenen unsere avatar augen die sind wie gesagt ein klein wenig größer doch immer es ist doch na hallo der will nicht jetzt dann verschieben wir die hier an die entsprechende stelle setzen die in der ebene etwas herunter und dann tun wir einfach diese ebene skalieren ich denke an der stelle sollte erstmal 90 vielleicht sein benutzen benutzen dann hier einfach mal die cursor tasten dasselbe machen wir noch natürlich mit dem rechten augen hochwertig beklopfen und dann setze ich das ganze nach oben und dann wird sich das ganze nach oben und dann setze ich das ganze nach oben man muss überhaupt nicht da draußen auf dem flur so rumschreien dann setzen wir uns das einfach so an die entsprechende stelle so dass es uns passt so sollte das ergebnis dann ungefähr aussehen und das habe ich eigentlich alles schon mal vorbereitet kann ich das löschen die kann ich löschen die kann ich löschen so sieht dann das ganze was ist denn hier kaputt ich fahre nach wien so sieht wie gesagt das ganze noch aus was uns dann noch fehlt ist hier die lumination dafür habe ich mir einfach eine neue ebene angelegt und zwar mit transparenz habe mir dann auf weiß eingestellt haben kleinen pinsel gewählt und zwar ein fasi und dann habe ich hier einfach so wild ins gesicht ein paar punkte gesetzt hier an den arm mit ein bisschen mehr zeit ich zeige das jetzt bloß hier so in relativ relativ gleichmäßigen abständen auch einfach so ein punkt gesetzt das ganze habe ich dann mal mit dem etwas größeren fasi brush noch wiederholt und das ist dann schon der ganze zauber ich blende jetzt mal das aus und blende meine lumination ein so sieht das ganze dann aus also wie gesagt mit hier verschiedenen fasi wasches einfach hier aufs gesicht gemalt und schon ist das ganze eigentlich fertig dann habe ich das ganze einfach nur exportiert als png dadurch werden die leer entsprechend der sichtbarkeit vereinigt habe mir ein neues bild angelegt in der bild bildschirmauflösung in schwarz habe dieses bild hier importiert und habe dann einfach hier bloß dem rand entlang das ganze schwarz ausgemalt und schon kommen wir eben wie gesagt auf dieses ergebnis hier mehr ist das ganze nicht ich wünsche euch viel spaß beim nachmachen und bis zum nächsten mal mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.